So, wir machen ein kleines Experiment. Wer alt genug ist, kennt wahrscheinlich noch die Werbung von Milky Way, die behauptet, ein Milky Way würde in Milch schwimmen. Und das überprüfen wir jetzt einfach mal. Was wir zum Überprüfen brauchen, das ist natürlich erst einmal Milch. Die haben wir hier. So. Und wir brauchen natürlich Versuchsmaterialien. Und wir werden nicht nur Milky Way nehmen, sondern alles Mögliche, um mal zu schauen, ob vielleicht alles schwimmt. Wir haben hier ein Maltese. Nichts zu sehen. Snickers. Weg ist es. Twix. Was gibt es noch? Darf. Verschwindet auch. Oder Bounty. Klingt ja auch so kokosleicht. Ist weg. Dann gibt es noch Mars. Verschwindet auch. Und zu guter Letzt das Milky Way. Ein bisschen Spannung. Wir packen es mal aus. Und tatsächlich, das Milky Way schwimmt. We28,